Wie entsperre ich jemanden per Telegram? In Telegram ist es wie in vielen sozialen Netzwerken möglich, jemanden zu blockieren. Einige Benutzer möchten jedoch möglicherweise jemanden entsperren, weil sie beispielsweise versehentlich jemanden blockiert haben. Oder sie möchten vielleicht sogar die zuvor blockierte Person entsperren. Geben Sie dazu zunächst Telegram ein. Klicken Sie auf die Option oben links. Rufen Sie den Einstellungsbereich auf. Geben Sie nun den Bereich Datenschutz und Sicherheit ein. Klicken Sie auf blockierte Benutzer. Hier sehen Sie die von Ihnen blockierten Benutzer. Sie sehen eine Option vor dem Konto dieser Person, um jemanden zu entsperren. Klick es an. Wählen Sie diese Option. Diese Person ist jetzt entsperrt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie in den Kommentarbereich schreiben. Wenn Ihr Problem gelöst ist, liken Sie bitte das Video und abonnieren Sie den Kanal.